Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Heute suchen wir Shiny Riolu bzw. Shiny Lucario. Und Riolu gibt es in südlicher Zone 4, genau hier an der Ruine. Hier werde ich jetzt mal ein Kampf-Sandwich zubereiten und dann geht es ab in den Shiny-Hunt. Ein Tomatchen, Zwiebelchen, Paprika, Nifrika und Gewürzgurken. Ne, nicht scharf. Schaffe ich nicht. Geht das eigentlich auch mit Touch? Habe ich bisher noch nie, ich habe es noch nie mit Touch ausprobiert, aber geht es auch mit Touch? Hat das schon mal jemand mit Touch gemacht? Macht das dann Spaß? Geht nicht. Alter, äh, Game Freak. Die überraschen mich auch immer wieder, ne? Die überraschen mich auch immer wieder. Und wieso bin ich überrascht? Eigentlich darf das Ei nicht überraschen, ne? Also, immer wenn ich das höre, ne, habe ich so Bock auf Kickers, Alter. Geholt, können schlechter sein. Ein Kampf gemacht und zwei Siege geholt. Komm, ist es egal, welche Summe nimmt oder ändern die sich drastisch. Ich würde Karmesien nehmen. Legendär das Intro, ja man. Das Intro ist es. Ich glaube, ich mache mal was anderes als Despot da vorne, oder? Nicht, da ich den aus Versehen mit Sandsturm kille. Jedes Mal, wenn so ein Riolu aufploppt, sehe ich kein Riolu aufploppen. Wenn Riolu aufploppt, sehe ich 1 zu 600 aufploppen. 1 zu 600, 1 zu 600, 1 zu 600. Nicht getroffen, nicht getroffen, nicht getroffen. Nicht getroffen, nicht getroffen. Das sehe ich. Lauter 1 zu 600er sehe ich. Ja, jetzt bin ich aber auch angefixt. Ich will das haben. 1 zu 600 und ein paar zerquetschte. Ich habe doch Save. Also manchmal würde ich am liebsten den Streaming nochmal angucken und jedes scheiß Pokémon hier zählen und gucken, wie viel Battleack ich hatte. Ja, ja, ich weiß, ab bei 600 ist nicht das 600 zu shiny. Ich weiß, ich weiß, es ist jedes Mal wieder 1 zu 600. Aber erinnert ihr euch an Eisenkrieger? Vier Stücke nach halbem Stunde. Eisenkrieger, da siehst du in einer halben Stunde vielleicht 100. Knackrack raus. Knackrack kommt raus für Lucario. Knack, knack, knackrack. Geht raus für Lucario, weil knackrack fühle ich so gar nicht. Denn habe ich einmal benutzt und, ist es das? Ja, das habe ich einmal benutzt und Sandsturm. Das habe ich einmal benutzt und habe verloren. Was soll ich einmal auf? Und geht es jetzt zum shiny? Dankeschön, dankeschön. Ja, ja, ja. Also, also Eichsturm finde ich cool. Ey, jetzt mache ich die scheiß 10 Minuten zu Ende und dann können wir uns endlich dann können wir uns endlich Lucario angucken. Wir können uns Gastrodon angucken. Wollen wir uns noch irgendwas angucken? Eine Stunde 24. Kasper, ich drücke dir jetzt die Daumen, dass du auch eins kriegst. ich drücke. Vielen Dank.